Ja Leute, willkommen zu einer Folge von den Microfart-Calls. Vielleicht seht ihr am Ende, dass gerade wieder automatisch gestoppt war. Oder gestoppt war, weil irgendein Grund war es, ich wollte euch eigentlich absprechen und einmal kam es wieder zu wieder Probleme. Keine Ahnung, ich frage mich, wieso ich werde weiterhin das Zukunft ändern und wenn ihr das Video jetzt anschaut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Sorry, bitte den ganzen Scheiß-Probleme oder ihr mir auch da untergegeben. Aber es ist so halt, also ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann. Ciao. Ciao. Leute und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad Michael Park ich habe ich mich an kurzem gleich weil es und Geld die Hälfte war jetzt war das die Amman gefunden naa und haben so gut Gutes Eidschwert gefunden auch in der Base in der Höhle war das, nicht im Base Wenn es in der Base Ja und es leckt Ich ziehe es schon, weil ich weiß es Oh, jetzt bin ich zu laut Warte Bisschen zu laut So, ich besiege sie jetzt So, ich besiege sie jetzt So, ich besiege sie jetzt So, danke So, ich finde Ähm Ja Zur kurzen Absprechung Ähm Ja, ihr wisst jetzt doch schon alle Wer jetzt alles Biss Ähm So So Hier braucht man ein Für 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 Gliedern mit sich jetzt jetzt sagen Prozent das Problem ist er wenn ich immer bewegt und so es ist nicht noch mal wenn man bewegte in meinem Fall alle Leute und jetzt und da mach ich so mit zwei Finger wie komisch aus so in der Regelung weil ich immer mich so vorher und ich wollte eigentlich nicht mehr Game Videos machen ich wollte nur Worte in Wien wohnen das wird doch nicht aus die die nur da kann man ja viel Level sammen so myself so meine Freunde mit mir alles zuhört also ich mache keine Gaming Minus mit Facecam sondern ich mache nur für Kameras mein Handy nun wollte das ist besser so und weil letztlich endlich ja ich werde anfangs der Tage dann ja auch zuhören Prozent die GbM schlecht ist auch und hat die Eure der Klienten ich hab doch schon am Bostowich mit ihm ist ein aufwärtig ich weiß nicht wer es überhaupt ich weiß jetzt raus Kling und und solchen ich habe gesagt zwei Sätze zu tun und nahm steht der Welt kann mit Wert zu aber welches ich habe Prozent das habe ich sehr erst mal gesagt Prozent zu zweit die Lärmitte wiederum untergehen weil sie durch und dann kommt hoch und nicht auf Unter das finde ich nicht mehr besser ich bin noch Anführungsplanung jetzt nicht zuhören tut mir aber leid von euch wenn ihr einfach automatisch gesperrt gesperrt wenn ihr sowas wieder in den Kommentar schreibt die Vorka auch in diesem Video bei Happy Meals Folge da die man ich bin ja war nur weil es so leckt bei die Videos bei Aufnahmen und bla 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 das werde ich auch gar nicht hören will auch nicht das zeigen und wenn ihr jetzt denkt ich bin schon jetzt der ganze Sache kann ich ihn nicht dafür die der Aufnahme von mir ist immer kommt immer Fehler raus ich weiß nicht warum oder es liegt ein Mikro ich weiß nicht ich habe das Gefühl wenn man wenn man immer zwei oder drei Videos mache ich immer täglich zwei oder drei Videos und das ist immer auch das ist normal das Mikro und wenn ich immer also wenn ich immer starte dann starte ich immer mit F9 und wenn und da gibt es in F9 da gibt es Pause und Start also Pause und Start starte dann ja da mache ich immer die Aufnahme immer so schnell bis es immer 3 2 1 los geht dann sage ich immer Hallo Leute und dazu kommen so dann wenn es vielleicht liegt dann zeigt er nicht an das ist ja blöd finde ich weil kann sich ach wenn ich das kann ich dir achten auch wenn ich das ein bisschen blöd weil irgendwas ist da bisschen Fehler gegangen ich kann kann es euch nicht sagen irgendwas ist da also ihr ihr könnt mir ein bisschen helfen oder vielleicht auch nicht weil ich weil ich ich kann es vielleicht alleine hinbekommen weil ich auch weiß mit WCs und wenn es darauf ankommt mir schreien ob ihr ob ihr oder ob ihr noch Ideen habt was ich ob ihr Ideen habt wie ich das Fehler überhaupt kenne wenn ihr wenn ihr alle kennt kann ich sogar dann kann ich dann freut es mich das und ich sage ich überhaupt überhaupt kann ich kann ich nicht nur die 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 wir nicht wie ich habe er wird die erste mein Haus wenn er ein Haus Wecker wer hier wo das Wort mit Kürze nicht so toll auf jeden Fall es gibt jemand aus gleich ich hab's dann neu schätzt vielleicht will sie das also dieses Headset da steht aber drauf Power LED was das heißt keine Ahnung da steht der Headset 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 Select steht da an und die Max das heißt aus das heißt glaube ich hier Games aus und Games an und Headset wenn man aus und an macht so und da ist das Lautsprecher hierbei hierbei der äh Lautsprecher von von das Game äh weiß nicht was das solche an oder aus ich will jetzt nur testen ob das so ist ja okay wo ist du denn da an ach das ist der Headset An- und Ausschaltung und das ist der Biko das ist der ähm dass ich sprechen kann äh und r ich habe Scheiße gebaut ich muss warte ich muss …